Im Yoga und vor allem im Power-Yoga tendieren wir schnell dazu, uns zu verkrampfen und zusammenzuziehen, um möglichst viel Stabilität in den jeweiligen Haltungen zu finden. In der heutigen Yoga-Stunde möchten wir genau in die andere Richtung arbeiten, uns mehr öffnen und mehr Leichtigkeit und Weichheit in der Bewegung finden. Die Stunde ist eine klassische Vinyasa-Flow-Stunde und richtet sich an fortgeschrittene Anfänge und die Mittelstufe. Dann würde ich auch schon sagen, legen wir los, ganz viel Spaß! Musik Wir starten heute in der Child's Pose. Setz Dich dafür auf die Fersen, bring die Knie mattenweit auseinander und leg Dich dann lang über die Arme nach unten auf die Matte ab. Lass die Stirn schwer in den Boden sinken, den Po mehr nach hinten Richtung Fersen, entspann die Arme und komm hier erstmal an. Lass all Deine Gedanken, den Alltagsstress einfach hinter Dir und schenk Dir die nächsten 60 Minuten ganz für Dich. Und dann atme hier einmal ganz tief über die Nase in die Rückseite Deines Herzens hinein, den oberen Rücken und ganz lange wieder aus, werde leer. Nochmals so tief einatmen, füll Dich hier richtig auf und ausatmen, lass wieder alles raus. Letztes Mal tief ein und lange wieder aus. Und dann Achtung mit der nächsten Einatmung, heb etwas den Blick, komm auf die Fingerspitzen und mit der Ausatmung wandere rüber auf die rechte Seite in den Side Stretch, leg gern die linke Hand auf die rechte, um die Dehnung zu intensivieren und schieb den Po weit nach hinten zu den Fersen zurück. Atme tief in die Dehnung der linken Flanke hinein. Dann atme ein, heb wieder den Blick und ausatmen, wandel über die Mitte nun zur linken Seite. Auch hier leg gern die rechte Hand auf die linke für eine tiefere Dehnung. Po schieb zu den Fersen nach hinten und atme auch hier in die Dehnung der Seite hinein. Und dann atme ein, heb wieder den Blick und ausatmen, wandel zurück zur Mitte. Und von hier aus fließ Wirbel für Wirbel mit der Einatmung hoch in den Vierfüßlerstand. Komm hier kurz an, Hände unter den Schultern, Knie unter der Hüfte und roll dann mit der Einatmung mit dem Brustkorb nach vorn für Katze, Kuh, heb dein Herz. Ausatmen, mach dich rund, zieh den Nabel nach innen, Kopf hängt schwer. Noch dreimal so. Einatmen, nach vorn fließen, Schultern zurücknehmen und ausatmen, rund werden, in die Hände hineinschieben. Einatmen, nach vorn und ausatmen, mach dich rund, schieb dich in den Katzenbuckel. Und allerletztes Mal, Achtung, mit der Einatmung fließ vor, klapp dabei die Zehen um und mit der Ausatmung schieb den Po zurück zu den Fersen und heb dich in den herabschauenden Hund zurück. Lass die Knie gern noch gebeugt, Füße gern Stückchen zurück, um dir hier mehr Raum zu schaffen und schieb den Po richtig nach hinten und oben raus, um deinen Rücken zu verlängern. Genau. Und atme auch hier wieder in die Rückseite deines Herzens hinein, den Bereich deiner Schulterblattspitzen, den oberen Rücken. Wenn du möchtest, schieb auch gern abwechselnd die Fersen in die Matte hinein, walk the dog. Richte dich hier gut ein in deinem ersten Hund. Schau dabei auch gern mal nach links und rechts unter der Achsel jeweils durch und bring hier Dynamik rein, in diese Haltung. Dann pendel dich langsam wieder in der Mitte ein, beug die Knie mit der Einatmung, schau vor. Ausatmen, komm an den Anfang der Matte. Einatmen, heb dich in die halbe Vorbeuge, lang nach vorn, langer Rücken. Ausatmen, werde weich und lass dich hängen, Knie wieder beugen. Noch dreimal so ganz dynamisch. Einatmen, Länge, halbe Vorbeuge. Ausatmen, weich werden, lass dich hängen. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Ausatmen, sink tief. Achtung, einatmen, lang machen. Schieb in die Füße hinein, richte dich nach oben auf mit geradem Rücken in den Stand, heb die Arme. Ausatmen, bring die Hände vor dein Herz ins Anjali Mudra. Einatmen, wieder Arme heben und dann greif dir mit der rechten Hand dein linkes Handgelenk. Zieh die Hände nach oben, schaff dir Länge in den Seiten und lehn dich dann lang rüber nach rechts in die Seitdehnung. Atme ein, hoch in die Achseln, ganz lange Seiten. Ausatmen, tiefer in die Dehnung hineinlehnen. Einatmen, komm wieder zurück zur Mitte. Wechsel den Griff deiner Hände. Verlängere dich nochmal nach oben. Und mit der Ausatmung lehn dich dann rüber nach links. Auch hier mit der Einatmung in die Achseln nach oben wachsen. Aus, lehn dich in die Seite hinein. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, tauch ab, Vorbeuge. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, tritt zurück in den herabschauenden Hund. Mit der Einatmung komm auf die Zehenspitzen, roll Wirbel für Wirbel in einer fließenden Bewegung in die Plank. Ausatmen, senk ab über Knie, Brust und Kinn. Fließ vor mit der Einatmung in die Cobra, Schultern zurück. Mit der Ausatmung klapp die Zehen um, schieb dich in den Hund zurück. Einatmen, beug die Knieschau nach vorn. Ausatmen, tritt vor zu den Händen. Atme ein, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Ausatmen, Ganze. Ein, schieb in die Füße, den Boden hinein, richte dich nach oben auf, Arme zur Decke. Aushände vors Herz. Achtung, verschränk nun die Hände an deinem unteren Rücken. Beug gleich die Knie, schieb dein Herz nach vorn, spann dich auf. Ausatmen, tauch ab nach unten, lass die Fäuste über den Kopf nach vorn sinken. Einatmen, Hände an den unteren Rücken, Finger lösen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, tritt zurück in den herabschauenden Hund. Mit der Einatmung komm auf die Zehenspitzen, roll Wirbel für Wirbel wie eine Welle nach vorn in die Plank. Atme aus, senk ab über Knie, Brust und Kinn. Und dann direkt in einer Bewegung mit der Einatmung vor in die Cobra, heb dein Herz. Ausatmen, Kinn zur Brust und zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, beug die Knie, schau vor. Aus, komm nach vorn zu den Händen. Einatmen, halbe Vorbeuge, lang machen. Ausatmen, nach unten sinken. Ein, schieb in die Füße hinein, richte dich nach oben auf, Arme heben. Ausatmen, Hände vors Herz. Achtung, einatmen, heb die Arme gerade und lang nach vorn, lehn dich leicht zurück. Austauch ab in die Vorbeuge. Einatmen, halbe. Ausatmen, in den Hund zurück. Und dann auch hier wieder mit der Einatmung nach vorn rollen, Wirbel für Wirbel ganz genüsslich in die Plank und absenken über Knie, Brust und Kinn. Ein, kleine Kobra, Schultern weit zurück. Ausatmen, Kinn zur Brust und schieb dich in den Hund zurück. Einatmen, beug die Beine, schau vor. Austritt oder spring nach vorn zu den Händen. Ein, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Ganze. Ein, richte dich nach oben auf, langer gerader Rücken, heb die Arme. Und Achtung, von hier aus setz dich direkt nach unten in den Stuhl, Utkatasana. Nimm die Schultern etwas zurück, weg von den Ohren und schieb den Po weit nach hinten und unten raus. Einatmen, hier. Ausatmen, tauch ab in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und Achtung mit der Ausatmung, tritt mit dem rechten Fuß weit nach hinten zurück, erde dein rechtes Knie. Einatmen, heb dich mit den Armen nach oben, Low Lunge. Ausatmen, bring die Hände wieder zur Matte, tritt mit links zurück in den Hund. Ausatmen, einatmen, heb dein rechtes Bein lang nach oben. Ausatmen, tritt mit dem rechten Fuß vor zwischen deine Hände, linkes Knie zur Matte. Ein, mit den Armen heben. Ausatmen, Hände wieder zur Matte. Und Achtung, tritt mit dem linken Fuß vor zum rechten. Genau. Ein, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Ganze. Einatmen, richte dich nach oben auf. Und ausatmen, setz dich wieder direkt in den Stuhl hinein. Nimm dein Steißbein etwas nach unten und vorn. Und verlängere dich über deine Arme nochmal mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung tauch nach unten ab in die Vorbeuge. Einatmen, halbe. Und mit der Ausatmung tritt nun mit links weit nach hinten zurück in den Ausfallschritt. Knie geerdet. Ein, heb dich mit den Armen nach oben. Ausatmen, Hände wieder zur Matte. In den Hund zurücktreten. Alles auf links. Einatmen, heb dein linkes Bein nach oben. Austritt mit dem linken Fuß vor zwischen die Hände. Schwing dich mit den Armen nach oben auf. Lehn dich etwas zurück. Ausatmen, Hände wieder nach unten. Rechter Fuß zum linken dazu. Ein, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Ganze. Einatmen, schiebe die Füße hinein. Heb dich nach oben in den Stand. Aus, Knie beugen, in den Stuhl hineinsetzen. Einatmen, hier. Ausatmen, Vorbeuge. Tauch nach unten ab. Einatmen, halbe. Aus, tritt mit dem rechten Fuß weit zurück. Rechtes Knie geerdet. Ein, heb die Arme. Ausatmen, Hände zur Matte. In den Hund. Einatmen, rechtes Bein lang nach oben. Austritt mit dem rechten Fuß nach vorn zwischen die Hände. Einatmen, Arme heben. Leichte Rückbeuge. Ausatmen, Hände zur Matte. Linker Fuß vor zum rechten. Ein, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Ganze. Ein, richte dich nach oben auf. Arme zur Decke. Ausatmen, wieder direkt in den Stuhl setzen. Letzte Runde auf der linken Seite. Ein, hier. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe. Aus, mit dem linken Fuß weit zurücktreten. Ein, heb die Arme. Lehn dich leicht zurück. Spann dich auf. Aus, Hände zur Matte. In den Hund zurück. Einatmen, linkes Bein lang nach oben. Aus, linker Fuß nach vorn. Rechtes Knie geerdet. Einatmen, heb dich mit den Armen hoch. Aus, Hände zur Matte. Rechter Fuß nach vorn. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Ganze. Einatmen, richte dich nach oben auf. Heb die Arme zur Decke. Aus, setz dich in den allerletzten Stuhl hinein. Wir werden dynamisch. Einatmen, hier. Ausschwing den linken Arm über unten nach hinten. Blick folgt der Hand. Ein, linke Arm wieder nach vorn. Ausatmen, rechter Arm über unten zurück. Knie bleiben parallel. Einatmen, nach vorn. Ausatmen, nach links. Ein, nach vorn. Setz dich tiefer. Aus, rechter Arm zurück. Einatmen, ganz weich mit dem Arm nach vorn. Aus, links zurück. Einatmen vor. Ausatmen, rechts. Letztes Mal. Einatmen vor. Aus, links. Ein, Arme nach vorn. Aus, Tauch ab, Vorbeuge. Ein, halbe. Ausatmen, in den Hund zurück. Sehr schön. Atme ein, hier. Und aus. Einatmen. Einatmen, heb dein rechtes Bein lang nach oben. Und ausatmen, öffne die Hüfte und beug vorsichtig dein rechtes Bein. Und schieb dich mit der Einatmung aus den Händen hoch in dein Herz. Und mit der Ausatmung schieb die Kraft aus dem Herz zurück in die Hände. Deine Knie hebt sich zur Decke. Ein, hoch ins Herz. Ausatmen, kraftvoll aus den Händen zurück in den Boden. Einstreck dein rechtes Bein. Aus, zieh das rechte Knie vor zum rechten Oberarm. Einatmen, wieder strecken. Dreibeiniger Hund. Ausatmen, zieh dein Knie vor zur Nase. Genau. Einatmen, strecken. Ausatmen, zieh dein Knie zum linken Oberarm in den Twist. Achtung, bleib hier. Und streck dann dein rechtes Bein durch für Fallen Triangle. Fuß auf höher der Hand. Flipp den linken Fuß. Und heb den linken Arm nach oben. Lehn dich zurück in die Öffnung. Ein, hier. Aus, dreh dich nach innen ein. Linker Arm unter der Achsel unten durch. Einatmen, aufspannen, expandieren. Ausatmen, wieder eindrehen. Genau. Und noch zweimal. Einatmen, öffne dich. Und ausatmen, mach dich klein. Einatmen, nochmal ganz viel Weite. Und ausatmen, in die Rotation. Starker Bauch. Einatmen, spann dich ein letztes Mal auf. Und aus, linke Hand zum Boden. Und schieb dich zurück in den dreibeinigen Hund. Einatmen, hier. Austritt mit dem rechten Fuß vor, zwischen die Hände. Füße, Hüftschmar auseinander. Heb dich mit der nächsten Einatmung mit den Armen nach oben auf. Aussetze dich in deine Kriegerin, dein Krieger 1 Variante hinein. Linke Ferse gehoben. Dreh hier deinen linken Oberschenkel etwas mehr nach innen ein. Zieh dein Schambein nach oben. Und werde weicher in deinem Oberkörper. Entspann die Arme, die Schultern. Schenk dir hier vielleicht ein kleines Lächeln. Und setz dich dann ganz leicht mit dem Oberkörper auf deine stabilen Beine, dein starkes Fundament. Und atme ein, verlängere dich nach oben, lehne dich leicht zurück. Und mit der Ausatmung spann dich auf in den Krieger 2. Zieh hier gern mal die Ellbogen zur Taille ran. Verlängere so etwas deinen Nacken. Und ausschwing wieder die Arme nach vorn und hinten auseinander. Setz dich tief. Achtung, wir werden dynamisch. Mit der Einatmung streckt die Beine, hebt die Arme nach oben. Ausatmen. Setz dich wieder tief in den Krieger hinein. Arme zu den Seiten. Einatmen. Strecken. Ausatmen. Tief nach unten. Noch zweimal so. Einatmen. Heben. Ausatmen. Wieder beugen. Letztes Mal. Einatmen. Ausatmen. Ganz weich auf die starken Beine setzen. Einatmen. Öffne die rechte Handfläche nach oben. Ausatmen. Lehn dich zurück. Reverse Warrior. Einatmen. Die Länge der rechten Seite hinein. Ausatmen. Kurbel die Hände nach unten zur Matte. Und dann Achtung, von hier aus tritt mit dem linken Fuß ein kleines Stückchen mehr nach vorn. Für die Pyramide öffne den linken Fuß um 45 Grad nach außen. Level die Hüfte und flex den rechten Fuß. Einatmen. Verlängere dich nach vorn. Schiebe die rechte Hüfte etwas zurück. Auslehn dich mit langem unteren Rücken über dein Bein nach unten. Einatmen. Herz leicht heben. Wieder lang machen. Ausatmen. Ganz weich nach unten sinken. Einatmen. Verlängern. Und ausatmen. Dann weich werden. Nachgeben. Letztes Mal so. Einatmen. Heb den Blick. Und aus. Singt tief. Sehr schön. Dann mit der nächsten Einatmung. Beug gleich dein rechtes Bein. Erde den rechten Fuß. Und für den Standing Split setzt die Hände ein Stückchen weiter nach vorn. und heb dann dein linkes Bein lang gestreckt nach oben zur Decke. Genau. Achte darauf, die Hüfte hier geschlossen und parallel zu halten, auch wenn das linke Bein dadurch etwas tiefer geht. Magst dann mit der Einatmung nochmal in alle Richtungen. Expandier hier. Und mit der Ausatmung beug dein rechtes Bein und bring dein linkes Knie an die rechte Beinaußenseite. Ganz klein machen. Einatmen. Wieder strecken. Linkes Bein hoch zur Decke. Ausatmen. Linkes Knie wieder rechts an die Außenseite. Noch zweimal so. Einatmen. Und ausatmen. Linkes Knie nach unten. Einatmen. Standing Split. Langes Bein. Ausatmen. Ehen die Drehung nach unten. Einatmen. Verlängere dich nochmal in alle Richtungen. Und aus. Tritt mit dem linken Fuß dann zurück. Schieb dich in den dreibeinigen Hund. Rechtes Bein gehoben. Wir fließen durch ein dreibeiniges Vinyasa. Komm auf die Zehenspitzen. Roll nach vorn. Und senk ab dreibeiniges Chaturanga. Einatmen. Up Dog. Schieb dein Herz nach vorn. Ausatmen. Ehen den herabschauenden Hund zurück. Sehr schön. Atme hier tief ein. Und aus. Nochmal so. Tief, tief ein. Und lösen wieder aus. Alles auf links. Hebe mit der Einatmung dein linkes Bein lang nach oben. Ausatmen. Öffne die Hüfte. Linkes Bein gebeugt. Ferse zum Po. Einatmen. Schieb aus den Händen hoch in dein Herz. Ausschieb die Kraft aus dem Herz in den Boden hinein. Einatmen. Hoch in dein Herz. Ausatmen. In die Hände zurück. Knie mehr zur Decke. Einatmen. Streck dein linkes Bein. Und ausatmen. Sieh dein linkes Knie nach vorn zum linken Oberarm. Ganz weit hoch. Einatmen. Zurück. Dreibeiniger Hund. Ausatmen. Linkes Knie vor zur Nase. Einatmen. Wieder strecken. Und ausatmen. Linkes Knie vor zum rechten Oberarm. In die Drehung. Und bleib hier. Streck dein linkes Bein durch für vollen Triangle. Flipp den rechten Fuß. Und heb dann den rechten Arm hoch zur Decke. Lehn dich zurück. Spann dich hier auf. Und ausatmen. Dreh dich nach innen ein. Rechte Hand unter linker Achsel unten durch. Noch dreimal so. Einatmen. Aufspannen. Expandieren. Ausatmen. Eindrehen. Starker Bauch. Noch zweimal. Einatmen. Und ausatmen. Ganz weiche und flüssige Bewegungen. Einatmen. Weite. Und ausatmen. Fest zusammendrehen. Einatmen. Nochmal ganz weit aufspannen. Genüsslich. Ausatmen. Rechte Hand zur Matte. Schieb dich zurück. Dreibeiniger Hund. Einatmen hier. Und aus. Tritt mit dem linken Fuß vor. Zwischen die Hände. Für den Krieger 1 Variante. Bring die Füße, Hüfte mal auseinander. Und heb dich dann mit der nächsten Einatmung mit den Armen nach oben. Setz dich mit der Ausatmung tief mit der Hüfte nach unten in deine Kriegerin hinein. Auch hier dreh den rechten Oberschenkel eher nach innen ein. Zieh dein Schambein nach oben. Und entspann deine Schultern ganz weit weg von den Ohren. Und dann, wenn du möchtest, wackel hier gerne etwas die Hände, die Arme aus. Beweg mal die Finger, Handgelenke. Werde weich im Oberkörper. Und mit der nächsten Einatmung lehn dich nochmal zurück. Länge. Ausatmen. Dreh dich auf nach rechts. Kriegerin, Krieger 2. Auch hier zieh gern mal die Ellbogen kurz zur Talie ran. Verlängere deinen Nacken. Schaff dir hier Platz. Und mit der Ausatmung schwing wieder die Arme nach vorne und hinten auseinander. Setz dich mit der Hüfte nochmal tiefer in den Krieger. Wieder dynamisch werden. Einatmen, Beine und Arme strecken. Ausatmen, tief setzen. Krieger 2. Einatmen, heb die Arme, streck die Beine. Ausatmen, tief setzen. Noch zweimal so. Einatmen. Und aus. Ganz stark. Einatmen, wieder strecken. Ausatmen, tief nach unten setzen. Einatmen, dreh die linke Handfläche nach oben. Aus. Lehn dich zurück. Reverse Warrior. Einatmen, verlängern in der linken Flanke. Auskurbel die Hände nach unten zur Matte. Knie bleibt in der Luft. Verkleine deinen Schritt etwas für die Pyramide. Rechter Fuß um 45 Grad geöffnet. Füße hüftschmal auseinander. Nimm die linke Hüfte eher zurück. Flex den linken Fuß. Schaff dir dann Länge im Oberkörper mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung beug dich mit langem unteren Rücken aus der Hüfte heraus über dein vorderes Bein. Und auch hier wieder ganz weich nochmal verlängern mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung noch weicher werden. Tief sinken. Einatmen, Blick heben, Länge im Rücken schaffen. Aus, gib nach. Einatmen. Und ausatmen. Und dann Achtung. Mit der Einatmung heb wieder den Blick. Beug dein linkes Bein, erde den Fuß, setz die Hände weiter vor. Und heb dein rechtes Bein hoch zur Decke für den Standing Split. Auch hier achte darauf, dass deine Hüfte parallel und geschlossen ist. Und senk dein rechtes Bein eher ein Stückchen nach unten ab. Genau. Atme ein, nochmal ganz viel Länge schaffen. Im Oberkörper, dem rechten Bein. Ausatmen, linkes Bein beugen. Rechtes Knie zur linken Außenseite. Einatmen, wieder strecken, lang machen. Und aus, rechtes Knie zum linken Unterschenkel. Einatmen, wieder strecken. Ausatmen, mach dich klein. Allerletztes Mal. Einatmen, in den Standing Split. Ausatmen, dreh dich nach unten ein. Einatmen, rechtes Bein weit nach oben heben. Austritt mit dem rechten Fuß nach hinten zurück. Und schieb dich dann in den dreibeinigen Hund, linkes Bein gehoben. Dreibeiniges Vinyasa. Komm auf die Zehenspitzen, roll Wirbel für Wirbel nach vorn. Und senk dann ab in ein dreibeiniges Chaturanga. Einatmen, Up Dog. Ausatmen, in den herabschauenden Hund zurück. Atme hier einmal tief, tief ein durch die Nase. Lange durch den Mund, wieder aus. Nochmal so tief ein, füll dich auf. Lösen wieder aus. Sehr schön. Und dann bring die Knie nach unten zur Matte. Finde für einen Moment in die Haltung des Kindes. Und schenk dir diesen Moment, um nachzuspüren. Diese kleine Pause. Spür das Beben deines Körpers durch deinen Atem, dein klopfendes Herz. Nimm die Hitze wahr, die du geschaffen hast. Und richte deine Aufmerksamkeit wieder mehr auf deinen tiefen und langen Atem. Um so wieder mehr Ruhe in deinem Körper einkehren zu lassen. Und dann langsam richte dich wieder nach oben auf. Finde zurück in den herabschauenden Hund. Beug die Knie mit der Einatmung. Aus. Tritt oder spring zu den Händen. Achtung. Für die Krähe platziere die Hände unter den Schultern vor dir. Schieb dein Gewicht in die Hände hinein. Beug leicht die Knie. Und leg dann die Knie auf den Oberarmen, auf dem Trizeps oder in den Achseln ab. Und dann lehn dich mit deinem Gewicht immer mehr nach vorn in die Hände hinein. Schieb dich stark aus den Schultern vom Boden weg. Und dann versuch mal, einen Fuß kurz zu lösen. Wieder absenken. Den anderen Fuß mal anzuheben. Bauch ist dabei ganz fest. Und wenn du willst, probier mal beide Füße gleichzeitig anzuheben. Spiel hier ganz für dich mit der Balance. Mal klappt's, mal klappt's nicht. Und wenn du noch mehr Herausforderungen suchst, versuch mal beide Arme zu strecken. Ist ein bisschen schwieriger. Und wenn du genug hast, bring die Füße wieder zur Matte. Füße weit auseinanderziehen. Schau nach außen. Finde den Malasana Yogi Squat. Und bewege dich hier mal ein bisschen von links nach rechts, um dich in dem Hüftöffner einzurichten. Anzukommen. Und dann ball die Hände zu Fäusten. Und leg die Hände von hinten in deine Kniekehlen hinein, sodass du auf deinen Armgelenken sitzt. Wipp hier ganz vorsichtig auf und ab. Kleine Massage für die Handgelenke nach der Armbalance. Und dann löse langsam wieder die Hände aus den Kniekehlen. Bring die Hände vor dich zur Matte. Streck die Beine. Wandere die Füße parallel wieder zusammen. Finde mit der Einatmung in eine halbe Vorbeuge. Verschränk dabei die Hände an deinem unteren Rücken. Beug die Knie. Schieb die Fäuste zurück. Heb dein Herz. Ausatmen. Lass dich hängen. Fäuste sinken über den Kopf nach vorn. Bleib hier für ein, zwei Atemzüge. Anlöse langsam die Verschränkung der Hände über deinen unteren Rücken auf. Finde nochmal in die halbe Vorbeuge. Ausatmen. Ganze. Einatmen. Schieb in die Füße hinein. Richte dich mit geradem Rücken nach oben auf. Arme zur Decke. Aus. Hände vors Herz. Anjali Mudra. Wir machen weiter mit einer fließenden Ballonsequenz. Heb dafür mit der nächsten Einatmung dein rechtes Bein weit nach oben. Sammel dich hier kurz. Und mit der nächsten Ausatmung fließt mit dem rechten Fuß zurück in den Krieger 3. Und dann beug langsam und kontrolliert dein linkes Bein und tritt in Zeitlupentempo mit dem rechten Fuß nach hinten für den Krieger 1 Variante. Einatmen. Verlängere dich über die Arme. Lehn dich zurück. Mit der Ausatmung beug dich mit langem geradem Rücken nach vorne in die Airplane. Schwing die Arme über unten zurück. Einatmen. Wieder heben. Im Brustkorb öffnen. Ausatmen. Nach vorn lehnen. Bauch und Trizeps aktiv. Einatmen. Heb die Arme. Ausatmen. Lehn dich nach vorn. Letztes Mal. Einatmen. Arme heben. Und ausatmen. In die Airplane nach vorn. Einatmen. Schwing die Arme nach oben. Lehn dich nochmal genüsslich zurück. Ausatmen. Dreh dich auf nach rechts in den Krieger, deine Kriegerin 2. Und von hier aus streck für Trikonasana dein linkes Bein durch. Schieb die Hüfte zurück. Zieh dich über den linken Arm lang nach vorn. Und bring dann die linke Hand nach unten zum Schienbein, dem Fußgelenk oder Boden. Und heb deine rechten Arm nach oben zur Decke. Stapel die Schultern aufeinander. Und wenn du mehr willst, leg die rechte Hand auf die linke Pobacke, die Hüfte oder sogar um die Hüfte drumherum auf den linken Oberschenkel. Dreh hier die rechte Schulter richtig nach oben auf, um dich nach innen einzurotieren. Und finde hier aber deine Variante. Geh hier nur so weit, wie es sich für dich gerade gut anfühlt. Und wenn du in der Bindung bist, löse langsam wieder auf. Streck den rechten Arm nach oben. Und beug dann ganz kontrolliert dein linkes Bein. Bring die linke Hand nach unten zur Matte. Und schwing den rechten Arm über unten an deinem Ohr vorbei. Lang nach vorn. Für den Seitwinkel. Schieb die rechte Fußaußenkante ganz stark in den Boden hinein. Und schaff hier eine lange Linie von einem rechten kleinen Zeh bis hoch zu den rechten Fingerspitzen. Integriere den Po in die Linie deiner Beine, damit er nicht nach hinten rausschiebt. Und finde auch hier mehr Leichtigkeit in der Anstrengung. Und dann für den Halbmond bring die rechte Hand an die Hüfte. Tritt mit dem rechten Fuß etwas näher ran. Stell die linke Hand vor dir auf. Und heb dein rechtes Bein langgestreckt nach oben. Hüfte ist geöffnet. Öffne dich mit dem Oberkörper auch mehr zur Decke. Und streck dann den rechten Arm nach oben. Schieb die rechte Ferse ganz stark von dir weg. Und wenn du mehr willst, versuch mal die linke Hand vom Boden zu lösen. Hier ganz frei zu balancieren. Alles kann, nichts muss. Ja, schön. Dann bring die linke Hand wieder zum Boden. Wenn du in der Balance bist, beug dein rechtes Bein. Linkes Bein bleibt gestreckt. Bring die rechte Hand nach unten zum Boden. Lass die Hüfte geöffnet. Und wandere dann mit den Händen rüber nach links für einen Side-Stretch in der rechten Flanke. Sehr schön. Dann wandere mit den Händen zurück zur Mitte. Schließe die Hüfte. Bring beide Knie auf eine Höhe. Und für unsere Breakdance-Pose, die du vielleicht schon aus älteren Klassen kennst, platziere die rechte Hand weit außen auf der rechten Seite und greife mit der linken Hand die rechte Fußaußenkante. Und schieb immer mehr Gewicht in die rechte Hand hinein. Beug mehr und mehr dein linkes Bein, um dein rechtes Bein in der linken Hand zu strecken. Setz dich mit dem Po tief, ohne auf den Boden zu kommen. Und wenn du hier weitergehen willst, kannst du mal dein Po kurz absetzen auf dem Boden. Dann wieder abheben. Ein paar Mal hin und her. Das ist eine kleine Herausforderung. Und wenn es heute noch gar nicht geklappt hat, mach dir überhaupt keinen Kopf. Das ist reine Übungssache. Und von hier aus finde langsam wieder zurück. Schieb dich auf gleichem Weg wieder nach oben, wie du reingekommen bist. Löst die Hand vom Fuß, richte dich dann einbeinig nach oben auf in den Stand, heb die Arme. Ausatmen, rechter Fuß nach unten zur Matte, Hände vors Herz. Sehr schön. Einatmen, heb dein linkes Knie nach oben. Und für den Baum greif mit der linken Hand das Fußgelenk und leg dann die linke Fußfläche an die rechte Beininnenseite, ober- oder unterhalb des Knies und nicht auf das Knie. Bring die Hände wieder vor dem Herzen zusammen, Daumen berühren dein Brustbein. Schieb dein linkes Knie nach außen. Und dann mit der nächsten Einatmung heb die Arme über die Seiten, ganz weich und fließend nach oben. Arme gern etwas geöffnet. Finde hier in einen wunderschönen Baum hinein. Und dann von hier aus löst langsam den linken Fuß vom rechten Bein. Lass dein Knie zur Seite geöffnet. Und tritt dann in Zeitlupentempo mit dem linken Fuß nach hinten zurück in den Krieger 2. Ganz fließend. Völlig egal, ob elegant oder nicht elegant. Sehr schön. Mit der nächsten Einatmung dreh dich nach vorn. Krieger 1 Variante. Lehn dich nochmal zurück. Und ausatmen. Hände zur Matte. Schieb dich zurück in den dreibeinigen Hund. Und öffne hier deine Hüfte. Beug dein rechtes Bein. Und für Wild Thing. Lass den rechten Fuß ganz langsam immer tiefer sinken. Lass die Hüfte kurz nach unten ab. Und dann fließ nach oben in dein Wild Thing. Spann dich auf. Schwing den Arm zurück. Und öffne dich hier ganz weit in deiner Rockstar-Pose. Deinem Herzöffner. Und dann atme hier nochmal tief, tief ein. Spann dich nochmal mehr auf. Und mit der Ausatmung finde in eine Side Plank. Heb den rechten Fuß. Und tritt dann mit dem rechten Fuß in einem großen Schritt direkt nach vorn. An den Anfang der Matte. Helf gern nach, wenn es nicht direkt klappt. Und dreh deinen rechten Fuß etwas nach innen ein, sodass die Ferse nach rechts schaut. Um dich dann in dein Skandasana zu setzen. Linkes Bein gestreckt. Der Fuß geflext. Lass dich hier gern unterstützend auf einen Block. Und bring dann die rechte Hand mehr zur Seite. Und mit der nächsten Einatmung schwing den linken Arm weit nach oben. Dreh dich und spann dich auf. Ausatmen. Linke Arm wieder nach unten. Noch dreimal so. Einatmen. Öffnen. Heb den linken Arm. Ausatmen. Wieder nach vorn. Ein. Und ausatmen. Letztes Mal. Einatmen. Ganz viel weiter. Und ausatmen. Nach vorn. Und dann Achtung. Stütz dich auf den Händen vor dir ab. Schieb dich mehr nach oben. Und wandere dann rüber in den Skandasana auf der linken Seite. Rechtes Bein nun gestreckt. Wir machen es hier ein paar Mal von links nach rechts. Ganz in deinem Tempo. Und wenn dir das zu viel sein sollte, bleib einfach in deinem Skandasana auf einer Seite. Wer mehr will, gern freihändig mit den Händen vorm Herz. Und finde ein letztes Mal in dein Skandasana auf der rechten Seite. Rechtes Bein ist dabei gebeugt. Dreh dich dann ein in den Lunch. Und tritt dann zurück in den herabschauenden Hund. Wir fließen durch ein Vinyasa. Mit der Einatmung kommen auf die Zehenspitzen. Rollen nach vorn in die Plank. Ausatmen. Halbes oder ganzes Chaturanga. Einatmen. Updog. Herz heben. Ausatmen. In den Hund zurück. Ein hier. Und aus. Ein. Beug die Knie. Schau vor. Austritt oder spring zu den Händen. Ein. Halbe Vorbeuge. Ausatmen. Ganze. Ein. Richte dich nach oben auf. Heb die Arme. Ausatmen. Hände vors Herz. Alles auf der linken Seite. Heb mit der Einatmung dein linkes Bein nach oben. Sammel dich hier kurz. Findet die Balance. Und mit der nächsten Ausatmung fließ dann zurück in den Krieger 3. Linker kleiner Zeh ist leicht eingedreht. Streck die Arme nach vorn. Dann langsam und kontrolliert. Beug dein rechtes Bein und tritt in Zeitlupentempo mit dem linken Fuß weit nach hinten zurück. Krieger 1 Variante. Linke Ferse gehoben. Mit der Einatmung finde hier Länge über die Fingerspitzen nach oben. Lehn dich leicht zurück. Ausatmen. Beug dich mit geradem Rücken nach vorn. Dann springen die Arme über unten zurück. Airplane. Einatmen. Wieder Arme heben. Krieger 1 Variante. Ausatmen. Mit geradem Rücken nach vorn lehnen. Noch zweimal. Einatmen. Heben. Ausatmen. Nach vorn lehnen. Auch die Bauchmuskeln sind aktiv. Letztes Mal. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Heb die Arme nach oben. Lehn dich nochmal zurück. Ausatmen. Spann dich auf Krieger, Kriegerin 2. Für Trikonasana auf dieser Seite streck dein rechtes Bein. Schieb die Hüfte zurück. Zieh dich mit der rechten Hand lang nach vorn. Und tauch dann ab. Rechte Hand nach unten zum Schienbein oder Fußgelenk. Gerne auch auf einem Block. Linke Arm nach oben gestreckt. Stapel wieder die Schultern aufeinander. Dreh den Oberkörper mehr nach oben auf. Und für die gebundene Variante. Bring die linke Hand hinten an deine rechte Po-Backe. An die Hüfte. Oder greif komplett um die Hüfte drumherum. Und leg die Hand auf den rechten Oberschenkel. Rotier die linke Schulter richtig nach oben auf. Um dich nach innen einzusacken. Und geh auch hier wieder nur so weit, wie es sich für dich heute gut anfühlt. Und wenn du in der gebundenen Variante bist, streck den linken Arm wieder nach oben. Beug langsam dein rechtes Bein für den Seitwinkel. Rechte Hand am Boden oder auf einem Block. Und schwing dann den linken Arm über unten an deinem Gesicht vorbei, lang nach vorn. Schaff eine lange Linie von der linken Ferse bis hoch zu den Fingern. Und dann ruft ihr hier nochmal die Intention der heutigen Klasse in Erinnerung. Die Weichheit, Leichtigkeit und Schönheit in der Yoga-Praxis. Und dann bring langsam die linke Hand zur Hüfte für den Halbmond. Tritt mit dem linken Fuß etwas näher ran. Rechte Hand vor dir aufgestellt. Und heb dann dein linkes Bein gestreckt nach oben, Hüfte geöffnet. Öffne die linke Schulter mehr zur Decke und streck den linken Arm nach oben. Wenn du mehr willst, versuch die rechte Hand vom Boden zu lösen. Hier ganz frei zu balancieren, zu schweben. Mach hier ganz für dich, deine Variante. Und dann bring langsam die linke Hand nach unten zur Matte. Beug dein linkes Bein. Lass die Hüfte geöffnet. Und für den Side-Stretch, wander dann mit den Händen rüber auf die rechte Seite. Und atme in die Länge deiner linken Flanke hinein. Und dann wander langsam wieder zurück zur Mitte. Schließ die Hüfte. Bring beide Knie auf eine Höhe. Und für die Breakdance-Pause auf dieser Seite. Platziere die linke Hand weit außen auf der linken Seite. Und greife mit der rechten Hand die linke Fußaußenkante. Beug mehr und mehr dein rechtes Bein. Und streck dann dein linkes Bein in deiner rechten Hand. Setz den Po tief, ohne auf den Boden zu kommen. Und dann probiere mal den Po hier kurz auf dem Boden abzusetzen. Und dann wieder den Po nach oben zu heben in die fliegende Breakdance-Pause. Ein paar Mal so hin und her. Bisschen mit der Balance spielen. Das ist eine kleine Herausforderung. Wenn du genug hast, schieb wieder stark in den rechten Fuß hinein. Richte dich nach oben auf, auf gleichem Weg. Löstern die rechte Hand von deinem linken Fuß. Richte dich auf einem Bein nach oben auf, in den Stand. Zieh dein linkes Knie nochmal hoch zur Brust, Arme zur Decke. Ausatmen, Hände vors Herz, linker Fuß zur Matte. Wunderbar. Für den Baum auf dieser Seite, heb dann dein rechtes Knie nach oben mit der Einatmung. Greif dir mit der rechten Hand das rechte Fußgelenk. Und leg die rechte Fußfläche an die linke Beininnenseite, nur nicht auf das Knie. Leg dann die Hände wieder am Herzen zusammen. Lass die Schulterblattspitzen ganz weich nach unten und hinten sinken, sodass sich dein Herz mehr nach oben rausheben kann. Wachs über die linke Fußsohle ganz stark durch dein linkes Bein nach oben, lang durch den Nacken bis hoch in die Kopfkrone. Finde so ein bis zwei Zentimeter mehr Länge und Größe. Und dann schwing gern die Arme mit der nächsten Einatmung ganz sanft über unten. Die Seiten nach oben. Wachs hier in einen wunderschönen Baum. Und dann ganz langsam von hier aus beugt minimal dein linkes Knie, löst den rechten Fuß von der Innenseite und tritt in Zeitlupentempo mit dem rechten Bein zurück in den Krieger 2. Sehr schön. Und von hier aus dreh dich nach vorne ein, Krieger 1 Variante, rechte Ferse ist gehoben. Heb mit der Einatmung die Arme, lehn dich nochmal genüsslich zurück. Ausatmen, kurbel die Hände nach unten zur Matte und schieb dich in den dreibeinigen Hund zurück. Öffne dabei die Hüfte, beug dein linkes Bein. Lass die Ferse immer tiefer sinken, bis du sie unter der rechten Achsel schon sehen kannst. Und wenn du so tief gekommen bist, setz die Hüfte kurz ab, nimm hier Schwung, Blick folgt dem Arm und dann spann dich auf in deine Rockstar-Post, deinen Herzöffner. Und atme ganz, ganz tief in diesen Raum, in deinem Brustkorb hinein. Dann dreh dich langsam zurück über die Side Plank, löst den linken Fuß und mach mit links einen riesigen Schritt direkt nach vorne an den Anfang der Matte. Helf dir gern nach, wenn es nicht direkt klappt. Hände links und rechts neben dem Fuß. Und dann dreh dich nach rechts auf in dein Skandasana auf der linken Seite. Rechtes Bein ist gestreckt, der Fuß geflext. Linken Zehen schauen nach außen. Platzier die linke Hand schräg vor dir. Und schwing mit der nächsten Einatmung den rechten Arm nach oben. Dreh dich auf. Ausatmen, rechten Arm wieder absenken. Noch dreimal so, einatmen, aufdrehen, öffnen, ausatmen, wieder schließen, ganz dynamisch einatmen und ausatmen. Ganz viel Weichheit in der Bewegung ein und auch. Sehr schön. Dann stütz dich mit den Händen vor dir ab, gern auch auf einem Block und wandere dann rüber auf die rechte Seite, linkes Bein nun gestreckt. Skandasana auf rechts. Wander auch hier wieder ein paar Mal hin und her von links nach rechts. Gern auch mit den Händen vor dem Herzen, freihändig als kleine Herausforderung. Du kannst aber auch einfach in deinem Skandasana bleiben und in die Dehnung hineinatmen. Mach ganz für dich. Und dann finde ein letztes Mal in dein Skandasana auf der linken Seite, rotiere dich nach innen ein in den Lunge, Hüfte geschlossen und tritt dann mit dem linken Fuß zurück in den Hund. Sehr schön. Atme hier einmal tief ein und wieder aus. Und dann Achtung, beug mit der Einatmung die Beine aus, spring nach vorn und verschränk dabei deine Unterschenkel. Setz dann den Po nach hinten auf die Matte ab und finde direkt in dein Boot Navasana. Knie gehoben, Unterschenkel parallel zum Boden, Arme lang nach vorn gestreckt und dein Rücken ganz lang und gerade. Entspann deine Schultern, deine Gesichtszüge und halte hier für ein paar Atemzüge in deinem Boot. Und dann Achtung, atme ein hier. Aus, streck dein linkes Bein nach vorn, fast bis nach unten absenken. Einatmen, zurück ins Boot. Aus, rechts strecken. Einatmen, ausatmen, links. Ein, zurück. Ausatmen, rechts absenken. Ein, ins Boot. Ausatmen, links. Letzte Runde. Einatmen, zurück. Ausatmen, rechts strecken. Ein ins Boot, greif in die Kniekehlen und roll dann über den Rücken zurück. Ein paar Mal hin und her, als kleine Pause. Und nimm dann Schwung, komm nach vorn in den Schneidersitz. Setz dir die Hände vor dir auf der Matte, schwing die Beine nach hinten durch. Und finde dann in den Fersensitz. Für unsere Rückbeuge, das Kamel, um uns wieder im Oberkörper mehr zu öffnen, die Bauchmuskeln in die Länge zu ziehen, zu stretchen. Komm auf deine Schienbeine und leg die Hände an den unteren Rücken, ganz schützen, die Daumen seitlich an der Wirbelsäule. Und nimm dann dein Steißbein nach unten und vorn, zieh dein Schambein nach oben, Oberschenkel ziehen leicht zusammen. Und dann mit der Einatmung verlängere dich aus der Hüfte in den Seiten, hoch in die Achseln. Und mit der Ausatmung lehne dich einen Zentimeter aus dem Herzen etwas zurück. Einatmen, wieder hoch in die Achseln wachsen, verlängern. Ausatmen, aus der Länge etwas zurücklehnen. Einatmen, wieder wachsen. Ausatmen, etwas nachgeben. Wachs hier Stück für Stück für dich zurück in die Rückbeuge, so wie es sich für dich gut anfühlt. Und wenn du weitergehen willst, kannst du auch eine Hand nach der anderen, nach unten zu den Fersen bringen, dich hier komplett aufspannen, im vollen Kamel. Ist aber nur eine Option. Und wenn es dir zu viel werden sollte, löse einfach auf, komm in den Fersensitz. Mach deine Yoga-Praxis daraus. Hör auf deinen Körper und schau, was du heute brauchst. Wenn du noch in der Rückbeuge bist, löse langsam auf. Setz den Po langsam nach unten ab. Finde in den Fersensitz. Leg die Hände in deinem Schoß ineinander. Schließ die Augen. Wenn du hier jetzt leicht dizzy wirst, ist es völlig normal. Schenk dir diesen kleinen Moment, diese Pause. Und dann öffne langsam wieder deine Augen. Schenk dir ein kleines Lächeln. Setz dich dann mit dem Po auf eine Seite, schwing die Beine nach vorne durch. streck dein rechtes Bein lang nach vorne, linkes Bein aufgestellt und platziere den linken Fuß an der rechten Beinaußenseite. Greif mit dem rechten Arm um dein linkes Knie. Zieh dein Knie richtig zu dir ran. Finde so Länge und Aufrichtung im Oberkörper. Und dreh dich dann mit dieser Länge nach links auf in den Twist. Linke Hand hinter dir aufgestellt. Ein Atemzug hier. Und dann löse auf. Dreh dich einmal kurz in die andere Richtung zur Neutralisierung der Wirbelsäule. Komm dann zur Mitte. Und greif dir dein linkes Fußgelenk und zieh deinen Fuß richtig dicht zu dir ran, sodass Unter- und Oberschenkel ganz dicht aufeinander sind und das Knie quasi geschlossen. Und mit dieser Enge leg nun deinen linken Fuß auf den rechten Oberschenkel in den halben Lotus. Als Alternative komm gerne in Shanusha Shasana. Leg dafür die linke Fußfläche an die rechte Beininnenseite. Und finde mit der Einatmung nochmal Länge im Oberkörper. Und mit der Ausatmung beug dich dann nach vorn über deine Beine. Finde hier deine Variante. Und wenn es jetzt irgendwie unangenehm im Knie sein sollte oder knacksen sollte, wenn du im halben Lotus bist, löse auf. Komm gerne in Shanusha Shasana. Mach hier wirklich deine Praxis daraus. Du musst hier niemandem irgendwas beweisen. Und gib immer gut Acht auf deinen Körper, der dich durch den Tag, den Alltag, dein Leben trägt. Und ist langsam wieder auf. Löse den Fuß. Stell gern kurz beide Füße auf. Bewege vorsichtig die Knie von rechts nach links. Alles auflockern. Und wechsle auf die andere Seite. Linkes Bein gestreckt. Rechter Fuß aufgestellt. An der linken Beinaußenseite. Umgreif mit dem linken Arm dich dein rechtes Bein. Zieh zu dir ran. Verlängere dich und dreh dich dann auf nach rechts. Und von hier aus komm auch gerne in einen tieferen Twist, indem du den linken Trizeps an dein Knie legst. Und löst auf. Dreh dich kurz zur anderen Seite als neutralisierende Gegenbewegung für die Wirbelsäule. Und komm zurück zur Mitte. Und für den halben Lotus auf dieser Seite greif dir dein rechtes Fußgelenk und zieh deinen rechten Unterschenkel ganz dicht zum rechten Oberschenkel ran. Das Knie richtig verschließen, ganz eng machen. Und leg dann so dein rechtes Fußgelenk auf den linken Oberschenkel drauf. Auch hier wieder gern in Shanusha Shasana als Alternative kommen. Leg dafür die rechte Fußfläche an die linke Beininnenseite. Du magst mit der Einatmung nochmal mehr in die Aufrichtung. Mit der Ausatmung beug dich aus der Hüfte heraus nach vorn über deine Beine in die Vorbeuge. Bleib hier ein paar Atemzüge ganz für dich. Dann langsam richte dich nach oben auf. Löse auf. Stell beide Beine auf. Bewege nochmal die Knie ganz vorsichtig von rechts nach links. Alles locker machen. Und dann stell die Füße auf. Greif in die Kniekehlen. Und roll dich Wirbel für Wirbel nach unten auf die Matte ab. Zieh kurz die Knie zu dir ran. Umarm dich. Reiß auch gern sanft über deinen unteren Rücken in jede Richtung. Eine kleine Massage. Dann leg die Arme seitlich an deinem Körper ab. Und für den Pflug Halasana schwing die Beine gestreckt nach hinten. Schieb die Fersen richtig von dir weg. Achte darauf, dass dein Nacken ganz lang und frei ist. Und von hier aus beug auch gern die Beine. Bring die Knie zu den Ohren. Verschließ dich hier für einen Moment von der Außenwelt. Und kehr ganz in dich zurück. Und langsam streck wieder deine Beine durch. Bring dann deine Hände unterstützend an deinen unteren Rücken für den Schulterstand. Nehbe dein Einbein nach oben an. Sional statt dem ganzen Schulterstand kannst du auch gern in den halben Schulterstand kommen. Roll dafür Wirbel für Wirbel den Rücken nach unten auf die Matte ab. Und streck dann einfach die Beine nach oben zur Decke. Sodass hier alles für einen Moment in die andere Richtung fließen kann. Ein, zwei, letzte Atemzüge hier. Und wenn du im vollen Schulterstand bist, löse langsam auf. Roll dich Wirbel für Wirbel nach unten auf die Matte ab. Und dann schieb die Beine nach unten auf die Matte ab. Und für den Fisch streck dann die Beine lang nach vorn. Leg die Hände unter die Po-Backen. Schieb dann stark in die Unterarme hinein. Lifte dich so nach oben. Schieb dein Herz hoch zur Decke. Lass deinen Kopf nur noch ganz leicht auf dem Boden schwebt. Dann atme hier tief, tief ein. Spann dich auf. Und mit der Ausatmung streck die Zunge raus. Lass alles raus. Tief, tief ein. Und aus. Zunge raus. Allerletztes Mal, weil es so schön war. Tief ein. Und aus. Wunderbar. Und dann löse langsam auf. Löse die Hände unter den Po-Backen. Leg den Oberkörper wieder nach unten ab. Und dann weite die Beine etwas zu den Seiten. Die Arme. Gib leicht den Kopf an. Verlängert deinen Nacken. Finde hier eine bequeme Position, in der du ganz schwer werden kannst. Und finde dann, in deine wohlverdiente Schlussentspannung, dein Shavasana. Und auch wenn es vor dem Bildschirm sehr verlockend ist, einfach den Laptop zuzuklappen, von der Matte aufzuspringen, nimm dir heute wirklich mal die Zeit und schenk dir diese Schlussentspannung ganz für dich. Tue dir, deinem Körper und Geist etwas Gutes. Und kreiere so eine wirklich runde und volle Yoga-Praxis. Aber auf diese zwei bis drei Minuten kommt es jetzt wirklich nicht mehr an. Und es macht einen riesigen Unterschied. Wenn es dir schwer fällt, liegen zu bleiben, denkt ihr mit jeder Einatmung lass. Mit jeder Ausatmung los. Ein lass. Aus, los. Lass. Los. Shavasana. Los. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kreis deine Füße, deine Handgelenke und streck mal die Arme lang über den Kopf Stell die Füße auf roll dich auf die rechte Seite mach dich nochmal ganz klein schenk dir diesen abschließenden Moment ganz für dich und wenn du soweit bist, richte dich langsam nach oben auf ins Sitzen lass die Augen dabei gern noch geschlossen und finde in einen für dich bequemen Sitz, Fersen oder Schneidersitz Leg die Handflächen vor deinem Herzen zusammen ins Anjali Mudra und spür nach Schau hier mal in dich hinein Wie fühlst du dich jetzt gerade? Wo in deinem Körper herrscht vielleicht mehr Raum statt Enge? Und was hat sich vielleicht durch die Yoga-Praxis in dir verändert? Und völlig egal, wie deine Beobachtung jetzt ausfällt bewerte das nicht, sondern nimm das einfach an in Dankbarkeit dir selbst gegenüber dafür, dass du dir heute diese Zeit für dich genommen hast Schenk dir dafür ein Lächeln als Dankeschön und bring die Hände an den Punkt zwischen deinen Augenbrauen für klare Gedanken an deine Lippen für ehrliche Worte und vor dein Herz möge dein Herz dich stets leiten Vielen Dank für die gemeinsame Praxis dein Vertrauen Namaste Und wenn dir die Klasse gefallen hat würde ich mich sehr über deinen Daumen nach oben freuen abonniere meinen Kanal um in Zukunft keine neuen Videos zu verpassen und dann freue ich mich dich schon ganz bald wieder hier zu einer weiteren Yoga-Stunde begrüßen zu dürfen Mach's gut, bis bald!